Hallo, liebe Zuschauer, willkommen bei der kleinen Drachenzucht. Ich habe hier einen kleiner, verkrüppelten Drache, der nicht richtig fliegen kann, aber doch richtig cool aussieht, oder? Ah, jetzt kann er plötzlich fliegen. Okay, vorher konnte er nicht fliegen. Gut, dann weiss ich, ich kann auch mit dem fliegen, ja. Ja, es gab ein paar Probleme beim Start, ja genau jetzt, wie genau jetzt hier, aber wahrscheinlich war die Steuerung nicht gerade richtig fokussiert, dass ich so ein bisschen schräg und so geflogen bin, aber ich bin gerade geflogen, also irgendwie stimmt das nicht. Ja, der Animal Bikes spawnt hier so ganz verschiedene Drachen beim Drachen-Ding. Oh, sogar noch ein weisser, sogar ein dunkler Drache. Wow, das ist mal eine Drachenzucht, oder? Ah, ich liebe den Mod jetzt schon. Ich kenne ihn noch nicht lange, aber das ist ja mal krass. Wie viele Arten. Ein roter. Schade, dass sie nicht ganz rot sind oder so. Nur eingefärbt. Aber das sieht ja mal richtig geil aus. Komplett verschiedene Drachen kann man machen. Große und kleine. Aber dieser Lärm von den Flögern. Oh Gott. Der blaue Drache. Ja, dann gibt es noch. Was will ich zeigen? Ja, was will ich zeigen? Eine Flower. Ach komm. Muss auch sein. Oh Gott. So habe ich mir das nicht vorgespielt. Ah, yeah. Ist doch viel besser als Drachen, oder? Ah, Flower. Ah, Flower Bike. Oh je. Ah ja, das Dino Bike. Ah, shit. Oh ja. Sieht ein bisschen dumm aus. Ah, schön. Oder? Cooler Mut. Jocobo sehen ein bisschen verkrüppelt aus. Aber auch du. Oh, sogar ein goldener. Ah, wie schön. Passt doch zu meinem Fantasy-Gameplay. Meinen Fantasy-14-Gameplay. Ach, schön. Ja, das ist momentan mein Lieblingswort, so zu sein. Oh Gott. Man übertreibt ja nie. Oh. Ein Rentier. Rudolf. Wo ist Rudolf? Ist das? Nein, das ist ein Gelbdolf. Oh, wo ist Rudolf? Komm schon. Spawn endlich. Rudolf. Komm schon. Da. Ah ja, Rose aber. Oh. Und Nudge natürlich. Ah. Nur der Kopf. Das geht mir auch gar nicht. Was ist das? Was ist denn das? Eine Schnecke. Okay. Gut. So, das war's wieder mit dem Video. Ist mir zu... ähm... voll hier. Und ähm... Weiterset in meinem Let's Play. Oder wenn ihr wollt, ein weites Gameplay-Video. What the fuck? Will die Performance nicht in die Knie. Nö, bleib bei 60. Na gut. Done. Wäääh. Heftig. Ja, dann war's mit dem Video. Dankeschön. Andere Mods. Stell ich sicher auch noch ein bisschen vor. Aber, ähm... Ja, wenn ich sie dann besser kenne, mache ich sicher auch Tutorials oder sonstige Sachen. Ähm... Ja, die Crafting-Rezepte sind ein paar richtig schwer, aber auch ganz leicht. Jo. Der Animal-Bike-Mod. Tschüss. Ich befreie euch von diesem, ähm... Flügelschlag des Todes. Oh, tschüss.